In der Formel 1 kann es zu Zwischenfällen kommen, die sowohl für die FahrerInnen als auch für die Verantwortlichen auf der Strecke eine Gefahr darstellen. Wenn die Strecke unter diesen Umständen nicht sicher befahren werden kann, auch nicht hinter dem Safety Car, wird die Session unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt wird angeordnet, die roten Fahnen zu zeigen. Alle Autos müssen abbremsen, in die Boxengasse zurückkehren und warten, bis die Strecke von jeglicher Gefahr befreit ist, bevor es weitergeht. Während der Unterbrechung kann innerhalb der vorgegebenen Zeit an den Fahrzeugen gearbeitet werden, einschließlich regulärer Reparaturen von Unfallschäden sowie Reifenwechsel. Sobald die Session sicher wieder aufgenommen werden kann, dürfen alle überrundeten oder nicht in der richtigen Position befindlichen Fahrzeuge die Boxengasse verlassen, um eine weitere Runde zu fahren und das Grid für den Neustart der Session zu formieren. Sobald alle Fahrzeuge im Grid stehen, kann die Session mit einem stehenden Start neu beginnen. Amen. 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 Amen.